Jo Leute, was geht ab? Mokka hier wieder am Start und es ist Montag. Die Gamescom, die war einfach fantastisch, hat so viel Bock gemacht, wir sind mega erschöpft, deswegen meine Stimme auch leicht am Arsch. Kevin sitzt hier drüben neben mir, macht sich fertig, denn wir gehen jetzt einkaufen. In ungefähr einer Stunde geht der Livestream los, ab 18 Uhr Leute, Montag, 18 Uhr, gespielt wird, DayZ gespielt wird, League of Legends gespielt wird, CSGO, Robocraft, Minecraft, alles mögliche, spielt mit uns, spielt gegen uns, seid dabei. Vielleicht hält ihr der eine oder andere auch den ganzen Tag durch, 24 Stunden, vielleicht wollen wir auch ein bisschen länger als 24 Stunden streamen, mal gucken. Leute, wir müssen los einkaufen, sonst verpassen wir alles, deswegen haut rein!